Schließe deine Augen und spüre in dich hinein, was ist jetzt gerade in dir präsent, was kannst du fühlen? Sind da Emotionen da? Sind es Körperempfindungen, die du wahrnehmen kannst? Alles, was du fühlen kannst, begib dich ganz in die Mitte von diesem Gefühl, ob es ein Körpergefühl ist oder ein emotionales Gefühl. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit ganz in das Zentrum, in die Mitte, der Mitte, der Mitte dieses Gefühls hinein. Und immer noch ein Stückchen tiefer. Und schau, was verbirgt sich in dieser Mitte des Gefühls? Was kannst du dort finden? Vielleicht ist es dort ganz still, ganz unbewegt. Tauche dahin, tiefer hinein. Und dann spüre mal zwischen deine Schulterblätter. Lass mit jedem Einatmen deine Schulterblätter sich weiten, als würden Flügel daran angewachsen sein. Und du würdest diese Flügel ein bisschen ausbreiten. Und wenn du das Gefühl hast, du bist weit in deinem Brustkorb, durch dieses Flügel ausbreiten. Dann lade jetzt einen Klang ein, deinen Brustraum auszufüllen. Du öffnest dich über den offenen Einatmen. Und dann lässt du es geschehen, was auch immer einströmen möchte, wie es sich auch immer anhört. Lass es hinein. Lass es hinein. Nimm mal das Gefühl mit, dass du mit diesen angewachsenen Flügeln an deinen Schulterblättern den Klang wie einrahmen kannst, umarmen kannst. Lass es hinein. Schlag ist hinein. Mach das für dich nochmal weiter. Und schließlich komme auf einem Ton an, wo du dich wohlfühlst und bleib hier, verweile hier, schwing dich auf einer Lage ein. Und dann geh ganz in die Mitte dieses Klangs hinein. So wie du vorher in die Mitte vom Gefühl gegangen bist, jetzt in die Mitte, der Mitte, der Mitte dieses Klanges hineingehen, während du ihn tönst. Und schau, ob du noch tiefer hineingehen kannst, noch tiefer in die Mitte. Und... Und schließlich lass den Ton verklingen, aber verweile in der Mitte des Tones. Genau in dieser Mitte, der Mitte, der Mitte verweilst du mit deiner Aufmerksamkeit, obwohl alle Ton bereits verklungen ist. Ja. 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 Wie fühlt sich das an, in der Mitte zu sein? die mitte von allem was ist und macht ihr jetzt innerlich eine notiz wie auch immer du das in dir verankern möchtest die erfahrung in der mitte zu sein und auch wenn wir jetzt gleich wieder zusammen kommen unsere augen öffnen du musst diese mitte niemals verlassen ganz immer in dieser mitte der mitte der mitte von allem was ist verweilen verankert sein und wenn du das gefühl hast du hast dort deinen anker gesetzt dann komm in ein leichtes bewegen regeln strecken gähnen schultern kreisen das was es für dich jetzt braucht streckt gerne deine arme über den kopf richtung himmel vielleicht möchtest du auch deinen blick nach oben richten dich nochmal öffnen für die geschenke des himmels bevor du wieder zurück kommst danke 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 danke